Herzlich willkommen hier bei uns auf Klagemauer TV Lützebüsch. Heute ist das Thema Funkverstrahlung. An der Hinsicht können wir sagen, der Staat schützt weder seine Bürger nach seiner Beamtenführung Funkverstrahlung. Der Richter Bernd Budinsky weist an seinem juristischen Aufsatz Funk ohne Rettung, dass auf der einen Seite Beamten Funktechnik benutzen müssen und auf der anderen Seite kein Krankenkais dafür abkönnt, wann gesundheitlich schiert entstanden sind. Um konkrete Beispiele vom digitalen Tetrafunk an der Radartechnik, der unter anderem von Polizei und Armee genutzt wird, auszugesehen, dass der Staat seinen Beamten verpflichtet, das Techniken zu benutzen, während auf der anderen Seite die zuständige Krankenkaisen schützt durch Funktechnik ausschliessen. Tetra-Digitalfunk ist eine Technik, die ganz nah bei der Gehirnfrequenz liegt und es auch schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit tut. Schützt durch Funktechnologien ist längst bekannt. In England haben 176 Polizisten ihre Patronen angeklaut, wenn es gesundheitlich schützt. Deutsche Soldaten, die mit der Technik, die müssen umgehen, und die Kranken sind, die die Bundesregierung mehr schlecht wie gerecht entschädigt. Wie viele Leute müssen nach ihren Beamten kommen, bis sie verstehen, dass diese Staat weder seinen Materbestand nach seinen Bürgern schützt. Dass das wir da als zum Nudenken auch schlussendlich zum Reagieren bringen können. Eddie Die Untertitelung des ZDF, 2020